Das Signalisierungsprinzip Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die wesentlichen Elemente der Lernmaterialien. Im Internet stoßen wir mühelos auf Texte oder Abbildungen, die so formuliert oder gestaltet sind, dass wir zwar ahnen, dass sie zu unserer Suche passen könnten, bei denen wir aber zunächst das Wichtige vom Unwichtigen trennen müssen, um ihren Kern zu erschließen. Möglicherweise haben Sie schon festgestellt, dass das Herausfiltern von Wichtigem vor allem dann problematisch ist, wenn wir noch wenig vertraut mit einem Thema sind und mit umfangreichem, mehrdeutigem oder missverständlichem Material konfrontiert werden. Ein wichtiger Grund für dieses Problem liegt darin, dass Informationen aus umfangreichem Material nicht eins zu eins im Arbeitsgedächtnis abgebildet werden. Lediglich einzelne Elemente dieser Informationen werden ausgewählt und zu einem eigenen Modell zusammengefügt, das sich, auch bei demselben Material, deutlich von Person zu Person unterscheiden kann. Haben wir wenig Vorwissen, wird die Bildung von Modellen allerdings erschwert, weil das Arbeitsgedächtnis damit beschäftigt ist, abzuwägen, welche Informationen nun wichtig sind und welche nicht. Dadurch bleiben aber kaum Kapazitäten frei, die für die Lärmprozesse genutzt werden können. Eine simple Schlussfolgerung aus dieser Erklärung wäre, mit möglichst einfachem Material zu arbeiten. Manchmal macht diese Folgerung aber keinen Sinn, denn vielleicht wollen Sie zum Beispiel gerne mit den ursprünglichen Bildern aus einer Quelle oder den Originaltexten arbeiten. Was können Sie also tun? Laut Signalisierungsprinzip sollte insbesondere bei umfangreichem oder mehrdeutigem Material die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die wesentlichen Punkte gelenkt werden. Machen Sie es den Lernenden durch Hinweise im Material, zum Beispiel mit Pfeilen und Kreisen in Abbildungen, mit Hervorhebungen in Texten oder mit besonderer Betonung in auditiven Darstellungen, so einfach wie möglich, das Wichtige zu erkennen. Dabei sollte dieses Prinzip immer dann angewendet werden, wenn Sie feststellen, dass die Suche nach wesentlichen Informationen im Material nicht Teil des angestrebten Lernziels ist und Sie das Arbeitsgedächtnis unnötig belasten könnte.